Dachmedien. Deutschland, Österreich und Schweiz. Wer sein Haus mit einer Nationalflagge schmückt, wie es in vielen demokratischen Staaten selbstverständlich ist, sieht sich in Deutschland sogleich in die Ecke eines rechtsradikalen Reichsbürgers gerückt. Diese obskure und lächerliche Gruppierung eher betagter BRD-Ablehner wird gerade zur Großgefahr aufgebauscht, um alles Rechte zu diskreditieren und linke Extremismusbekämpfer zu finanzieren. Kein Regierungsvertreter traut sich noch, vernehmbar nationale Interessen zu vertreten. Schon gar nicht gegenüber Brüssel und der EU, der man kritiklos den Griff in deutsche Kassen erlaubt. Vizekanzler Robert Habeck schrieb in seinem Buch »Patriotismus, ein linkes Plädoyer« 2010. Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen und ich wusste, mit Deutschland noch nie etwas anzufangen. Annalena Baerbock, seine grüne Parteifreundin im Kabinett, hat sich eine »feministische Außenpolitik« zum Ziel gesetzt und lässt in ihrem Ministerium sogar den Bismarcksaal umbenennen. Eliminiert also den Wegbereiter der Deutschen Einheit und Begründer des Sozialstaates. Bei internationalen Fußballturnieren ist die grüne Jugend in der Vergangenheit mit dem Slogan »Fahnen runter« aufgefallen. Olaf Scholz macht aus seinen Absichten ebenfalls keinen Hehl. Einwohnerschaft und Wahlvolk dürfen nicht auseinanderfallen, sagt der Bundeskanzler. Wer auf Dauer hier lebe und arbeite, der solle auch wählen und gewählt werden können. Die doppelte Staatsbürgerschaft dürfe dabei kein Hindernis sein. Einer Nettozuwanderung in den Jahren 2014 bis 2022 von 4,3 Millionen Ausländern, vornehmlich aus dem südosteuropäischen bis arabischen Raum, stehen 1,5 Millionen weniger gebürtige Deutsche entgegen. Scholz erwartet und erhofft für die nächsten Jahre weitere 8 Millionen Zuwanderer, um die Sozialbeiträge stabil zu halten. Die über 130.000 Eingebürgerten im vergangenen Jahr kamen jedoch vor allem aus Syrien, der Türkei und Afghanistan. Wer darauf verweist, wird von SPD und Grünen als ultrakonservativ oder gleich rassistisch beschimpft. Einwände werden als Argumente aus der Mottenkiste des deutschen Konservatismus abgetan. Wer sich dieser längst überfällige Modernisierung des Staatsbürgerschaftsrechts verweigere, ist mithin ein übler Nationalist. Nach diesem Schema wird in Deutschland jede Kritik an der linksgrünen Fortschrittsstrategie im Keim erstickt. Notfalls wird die Faschismuskeule gezückt, die heute in Gestalt der Reichsbürgerbekämpfung daherkommt. Das wirkt immer in einem Land, das Nationalstolz nur in anderen Ländern, wie aktuell in der Ukraine, erlaubt. Doch ohne gesunden Patriotismus zerbröselt der Zusammenhalt im eigenen Land, das mehr sein will als eine bloße Untergruppierung von UNO oder EU. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würden wir uns über Ihr Like und Abonnement sehr freuen.